Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Natürlich Gesund. Heute dreht sich alles um ein kraftvolles Naturheilmittel, das seit Jahrhunderten verwendet wird, Apfelessig. Apfelessig hat nicht nur einen großartigen Geschmack, sondern bietet auch eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen. In dieser Serie von Videos werden wir uns insbesondere darauf konzentrieren, wie Apfelessig eine natürliche Entgiftung des Körpers unterstützen kann. In Teil 1 unserer Serie werden wir uns genauer ansehen, wie Apfelessig die Leber entlasten kann. Außerdem werden wir einige praktische Tipps zur sicheren und effektiven Anwendung von Apfelessig zur Entgiftung teilen. Bleibt dran, um mehr darüber zu erfahren, wie ihr euren Körper auf natürliche Weise reinigen und revitalisieren könnt. Lasst uns gemeinsam die gesundheitlichen Vorteile von Apfelessig erkunden. Die Leber spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung des Körpers, indem sie schädliche Substanzen neutralisiert und abbaut. Sie filtert Toxine aus dem Blut und wandelt sie in weniger schädliche Verbindungen um, die dann über den Urin oder den Stuhl ausgeschieden werden. Diese Funktion der Leber ist von entscheidender Bedeutung für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Apfelessig kann die Leber bei ihrer Entgiftungsfunktion unterstützen, hauptsächlich aufgrund seiner Zusammensetzung. Apfelessig enthält Enzyme, Essigsäure und andere bioaktive Verbindungen, die dabei helfen können, die Leber zu entlasten und ihre Entgiftungskapazität zu verbessern. Die Enzyme im Apfelessig können dazu beitragen, den Stoffwechsel von schädlichen Substanzen zu beschleunigen, was bedeutet, dass die Leber diese Stoffe schneller verarbeiten kann. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn der Körper einer hohen Belastung durch Umweltgifte, Schadstoffe in der Nahrung oder anderen toxischen Substanzen ausgesetzt ist. Die Essigsäure im Apfelessig spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Leberfunktion. Essigsäure kann helfen, die Produktion von Galle zu erhöhen, einem Verdauungssaft, der von der Leber produziert wird und hilft, Fette zu verdauen und Giftstoffe aus dem Körper zu transportieren. Eine ausreichende Gallenproduktion ist entscheidend für eine effektive Entgiftung. Darüber hinaus kann Apfelessig dazu beitragen, die Bildung von Leberfett zu reduzieren, was bei bestimmten Lebererkrankungen wie der nichtalkoholischen Fettleberkrankheit NNAFLD von Bedeutung ist. Durch die Förderung eines gesunden Stoffwechsels und die Unterstützung der Leber bei der Fettverbrennung kann Apfelessig dazu beitragen, die Gesundheit der Leber zu verbessern. Aber wie kann man Apfelessig am besten einnehmen, um von diesen Vorteilen zu profitieren? Hier sind einige Tipps. Verdünnen Apfelessig sollte in der Regel vor der Einnahme mit Wasser verdünnt werden, da seine hohe Säurekonzentration die Schleimhäute des Mundes und des Magens reizen kann. Eine gängige Verdünnungsrate ist ein bis zwei Esslöffel Apfelessig in einem großen Glas Wasser. Dies hilft, die Säure zu mildern und das Trinken angenehmer zu machen. Zeitpunkt der Einnahme Apfelessig kann zu verschiedenen Tageszeiten eingenommen werden, abhängig von den persönlichen Vorlieben und den Zielen der Einnahme. Einige Menschen bevorzugen es, Apfelessig morgens auf nüchternen Magen einzunehmen, um den Stoffwechsel anzukurbeln und den Tag zu beginnen. Andere nehmen ihn vor den Mahlzeiten ein, um die Verdauung zu fördern. Es gibt keine festen Regeln für den besten Zeitpunkt. Experimentiere und finde heraus, was für dich am besten funktioniert. Menge Die empfohlene Menge an Apfelessig kann je nach individuellen Bedürfnissen variieren. Eine übliche Dosierung liegt zwischen einem und zwei Esslöffeln pro Tag, verdünnt in Wasser. Einige Menschen können möglicherweise mehr oder weniger vertragen. Es ist wichtig, langsam anzufangen und die Reaktion deines Körpers zu beobachten. Konsistenz Um von den gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren, ist es wichtig, Apfelessig regelmäßig einzunehmen. Es wird empfohlen, eine konsistente Routine zu entwickeln, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dies kann bedeuten, Apfelessig täglich oder mehrmals pro Woche einzunehmen, je nach persönlicher Präferenz. Zusätzliche Tipps Einige Menschen bevorzugen es, Apfelessig mit anderen Zutaten zu kombinieren, um den Geschmack zu verbessern oder zusätzliche gesundheitliche Vorteile zu erzielen. Zum Beispiel kann man Apfelessig mit Honig oder Zitrone mischen, um den Geschmack zu mildern und zusätzliche antioxidative Wirkungen zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass Apfelessig nicht für jeden geeignet ist und in einigen Fällen Nebenwirkungen wie Magenreizungen oder Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten verursachen kann. Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Apfelessig einen Arzt zu konsultieren, insbesondere wenn du gesundheitliche Probleme hast oder Medikamente einnimmst. Das war's mit Teil 1 unserer Videoserie über Apfelessig als natürliches Mittel zur Entgiftung des Körpers. Wir hoffen, dass dieses Video dir dabei geholfen hat, die Bedeutung der Leberentgiftung zu verstehen und wie Apfelessig dabei eine Rolle spielen kann. Vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um mehr über natürliche Gesundheitstipps und Tricks zu erfahren. Wir freuen uns, wenn du auch beim zweiten Teil unserer Videoserie wieder dabei bist. Bitte bleib gesund!